hey freunde willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist der ist aca fragan stalk ihr wisst bescheid immer noch am start immer noch wieder kann und so weiter und so fort ja top ten büro dürfte 2023 ja das denke ich mal wird diesmal aber der erste teil seien es gibt noch so viele andere dürfte ihr wisst dass ich sage das ja jedes mal das sind so die dürfte die ich für sehr gut befinde bis jetzt weil wir haben anfang des jahres deswegen denke ich mal wird es noch ein teil geben letztes jahr bin ich dabei habe ich glaube ich nur ein teil gemacht aber ja was büro dürfte angeht könnte man auch mehrere teil machen aber das sind jetzt erstmal die ersten zehn so bevor ich euch vorstelle für alle neun die das erste mal hier sind drückt die glocke abonniert man kann natürlich dann verpasst ihr keine videos mehr und schaut euch auch meine playlist an weil hier gibt es genug videos inzwischen so ja sehr leise dürfte wir fangen mal mit den ersten an der kommt von prada prada amapur ja den solltet ihr auf jeden fall im büro tragen und der wert so gut ankommen weil er eben auch einfach einen saubermann durch die war ein saubermann dürfte ist auch wie man das von prada eben kennt hier noch ein bisschen seifig also nicht prada lom ich finde den sogar besser als in prada lom weil hier die seifigkeit und das putrig und das saubere das glied das ist einfach ja das ist schon fast eine stilrie würde ich nicht behaupten aber ja schon jahres könnte auch ein macht man ich werde auch nicht machen ein oberarzt im op tragen so müsst ihr euch den duft ungefähr vorstellen also sehr geile qualität auch und der amapur ja den solltet ihr auf jeden fall auf den scherben im büro einfach unschlagbar auch genau wie der nächste kostet ein bisschen mehr ihr könnt aber beruhigt diesen doof fast blind kaufen weil er funktioniert das ganze jahr draußen nicht nur im büro aber es geht ja jetzt ums büro und hat eine nischen qualität wirklich und zwar age 24 von rms ist einfach so das ist so eine gute qualität den kann man ich habe ihn letzte erst wer dürfte der woche gesehen hat ich habe den netz erst getragen bei der kälte das ist einfach fruchtig frisch leicht süßlich weil ich denke mal so eine bärne hinter das aber keine bärne drin das ist geil und der ist natürlich sehr beliebt aber rms macht auch gute dürfte ich bin grundsätzlich nicht so ein großer rms fan sonst aber sehr sehr nice und funktioniert im büro wunderbar so der nächste mani code das parfüm jetzt inzwischen wer das noch nicht gesehen hat mit neuen flakon und ja das ist im endeffekt das alte eau de toilette nur in besser und stärker und das finde ich geil so hier wurde mal das gemacht was viele sich wünschen wahrscheinlich wird jetzt auch gemäckert weil du kannst ja den deutschen nichts recht machen nichts recht machen das ist einfach so erst heißt es ja wenn man einen autotelett hat dann kommt das parfüm riecht das komplett anders das perfume wird auch gemäckert dann heißt es warum kann man das nicht nur stärker machen kommt ein duft der einfach ein bisschen tiefer ist und stärker es wird auch gemäckert ich weiß dass hier auch schon gemäckert worden ist kann ich nicht nachvollziehen ich finde ihn richtig gut von der haltbarkeit richtig nice und von der ausstrahlung erst recht also hier kriegt man sehr viel komplimente was als komplimente auf jeden fall er wird wahrgenommen er wird auch gesagt du riechst gut oder was ist das für ein duft es wird einfach gefragt und das ist der sinn der sache da kommt jetzt auch noch das neue also das eau de toilette ich meine das von früher das eau de toilette wird jetzt noch mal neu gemacht oder ist inzwischen rausgekommen keine ahnung möchte ich auch wirklich glaube ich nicht testen weil das perfüm ist nice und geil und ja deswegen reicht das soll der nächste günstig in anführungsstichen ich glaube 17 euro bugatti dein wie heißt hier kann man kaum hier sehen dynamic move blue dynamic move blue ja wie auch immer ich bin ja mit diesen ganzen günstigen dürften nicht so per du aber ich mache das immer für euch weil ihr auch gern mal günstige dürfte haben wollt besorge ich mir die immer und ein guter sprüher ihr könnt das hier runter drehen und ja hier habt ihr was grünes ich habe den duft schon mal gerochen ich komme da aktuell nicht drauf was man weiß ist ja schon schön sehr frisches grünes sportlich ist so und dann natürlich duschgel artiges so müsst euch diesen durch vorstellen 100 ml für 17 euro ungefähr ja hält natürlich nicht so lange vier fünf stunden aber es macht was es soll kommt gut an das ist so da könnt ihr da können immer leute sagen was sie wollen ich habe so ich im grunde genau ich bin ein großer ich bin mehr nische fan und ich habe so viel dürfte ihr wisst das ja wenn man über 900 dürfte hat dann hat man sehr viel mainstream wäre viel nische das ding ist ich greife immer grundsätzlich immer zu der nische oft das ist so das ist ein bisschen schade weil ich vergesse ich nicht ich mache jetzt allgemein mainstream das ist ja hier drogerie mainstream sowie die ohr und co die sind geil ich feiere die aber wenn man sie so vor allem die nebeneinander stehen hat in anderen hier schon parfümsteig und so weiter den greife ich auf jeden fall das werden ganz viele machen setzt die könnt ihr wetten auf ihr wird immer mehr zur nische kraft automatisch irgendwie warum auch immer es ist einfach trotzdem ich habe so viele designer die ich auf jeden fall mal hoffe dieses jahr auch mal wieder mehr trage und ja das ist auf jeden fall drogerie duft aber der ist sehr nice so jetzt kommen wir zur nächsten das ist mir auch wieder nische stockholm 1978 von wilhelm parfümerie new york ja ein geiler flakon ist auch nice und sprühen ist kacke das muss man eigentlich so sagen weil es ist ein bisschen mit anfassen kann aber der duft ist wieder auch mit magnetverschluss der duft ist einfach ein traum er werde aber oft verglichen ja sie ist eine sprühende katastrophe zitrisch zitrisch putrig cremig geil wird verglichen und hat ähnlichkeiten mit mit samadrin oder wie heißt von roger perfüms in dem besser ich finde ihn tatsächlich besser und ich freue mich auf den frühling und sommer und wenn man den draußen gut tragen kann im büro ist klar dann kann man den wunderbar tragen darum geht es auch jetzt heute auch den solltet ihr ich bin der meinung die marke wird die fällt auch ganz oder die läuft oder fliegt leicht und dann hat er die muss höher fliegen und stockholm 8 1978 ist nice so der nächste nicht ja muss ich nicht viel zu sagen oder alli am sport extreme wie oft habe ich den du vorgestellt wenn ihr nicht mehr es kommt der typische satz wenn er nicht mehr wisst was ihr tragen wollt dieser duft geht immer so sauber 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 frisch fruchtig ein bisschen aber einfach anders ein bisschen fruchtig keine süße fruchtigkeit sondern cremige fruchtigkeit dann auf jeden fall auch ein bisschen putrig also dieser duft hat alles und kommt immer sehr gut an das ist im chanel was wollt ihr da sagen bei schanel kann man nicht viel sagen deswegen sagt lasse ich jetzt ist einfach so so chrome azaro oder azaro mit chrome original das auto talent ja das ist wirklich als wenn ihr ein einer ja chrome stadt nein das ist wirklich metallisch frisch dieser duft ist einfach metallisch frisch und was ja mehr muss man gar nicht sagen also das war übrigens der nummer eins durft jahrelang in der usa ich glaube bei dem party people star wie heißt die party spring break glaube ich heißer da haben fast jeder zweite hat diesen duft getragen wirklich also die amis und nicht mal die nicht nur die jugendlichen also dieser durfte hast du überall gerochen aber der ist immer noch geil und das sind zur erinnerung eigentlich man denkt so an sie an kalifornien la venice beach santa monika malibu santa barbara und so weiter und so fort ich wollte erst sagen miami nein irgendwie nicht miami in miami in also während miami ist es anders da kommen andere dürfte zur fasche aber das ist so wirklich california live und sehr sehr nice solltet ihr auf jeden fall testen kostet auch nicht so viel so der nächste da habe ich noch ein bisschen überlegt ob ich den wirklich als büro durfte nehmen aber ich habe ja auch schon logischerweise im büro getragen kurz einmal auch nur jero bürger mit ambla ja ich finde dass man den da tragen kann ja man muss nur aufpassen nicht so viel sprühe also wie hier jetzt alles durcheinander also insgesamt zu spüren das ist ein geiler das ist auch eine geile brand also ich finde diese marke richtig geil ich habe jetzt drei dürfte ja drei müsste ich lügen hier stehen hier sogar und das ist ein also frischer fruchtiger am radorf das ist geil so und deswegen mich der meine kann man ihn sehr gut im büro tragen und ich kann auch eine frau tragen auch ist ja gar nicht unisex und der jero bürger oder wie auch immer ihr kennt das ja mit der französischen sprache aber lacht es geht um den duft geil es ist geil und gute heilbarkeit extrakte verfügen ne leute wirklich geiler duft also event die also es ist ein kleiner flakon kostet auch ein bisschen aber ich finde die alle drei dürfte die ich habe haben eine super geile qualität und ja ich fand sofort geil und es gibt nicht so viele dürfte also schon viele dürfte die sofort klick machen aber nicht so wie die und ich finde dafür dass ich habe diese brand noch nicht so lange und ich muss sagen mir gefallen sie und ich glaube ich habe auch die anderen noch als test und ich muss die alle noch mal riechen habe ich noch nicht so gekommen einige das sind schon 23 die ich inzwischen mehr gerochen von der marke und die waren auch geil also respekt da sind einige starke dürfte mit bei so der nächste sehr frisch braucht man nicht viel sprühen hält lange hält den ganzen tag über nach können fast das t-shirt oder die bluse wie auch immer könnt ihr für die frau war die frau kann den auch tragen aber geben wir von mann hemd kann sie nächsten tag noch mal an sie mag gebauer orange flamengo ja orange und einfach frische betten sauber und jetzt habe ich den gesprüht hier und jetzt werde ich nachher nur noch ihn riechen ja das ist geil ich also draußen nach helm frühling freue ich mich auf diesen duft ich freue mich einfach auf diesen duft das ist sowas von genial und mag seine dürfte was soll ich sagen ja ich freue mich ich hoffe auf den berserker und ja sehr sehr geil also bockt sehr aber kennt ihr ja habe ich ja schon oft vorgestellt so guter letzt kommt ein duft von schwarz lose wieder ja schwarz lose berlin und zwar fuhr ja und jetzt kommt wieder die leute die die kennen ja der riecht ja nach die ohr sauvage und den kann man ja nicht mehr kaufen also ich frage mich immer also die ich kann doch nicht jemanden was ich kann doch nicht jemanden auf diktieren und sagen ich kann diesen duft nicht mehr kaufen oder ich darf den nicht mehr kaufen warum warum das ist doch quatsch ich kann sagen der duft ist nicht mehr gut der duft bockt nicht mehr aber ich persönlich habe ja schon mal das habe ich auch bei tik tok gesagt folgt auch gern bei tik tok da gibt es viele kurzvideos und ganz ehrlich ich feiere immer noch so was und man richtig noch nicht an jeder ecke man richten einfach nicht an jeder ecke ich habe schon mal so video gemacht immer dieses thema ich richtig an jeder ecke das ist absoluter bullshit so und das ist auch kein zwilling weil viele sagen das ist ein duft zwilling der genau gleich richten ein tut er nicht ja wenn ihr dran riecht wenn ihr sprüht und richtig habt ihr ja die dna von sauvage aber der ist erstmal viel zittlicher fruchtiger leicht süß wie so leichte zitronenbonbons das habe ich nicht ganz so war ich habe noch die alte version die erste auto toilet die ist fruchtig durch die bergermotte und holzig so und das hält bis zur herz note an in der basis note ja sind sie sich ähnlich aber der ist nicht holzig ich finde ihn zu was holzig ob man natürlich jetzt kommt ob man beide haben muss weiß ich nicht das ist euch überlassen und das kann ich euch immer noch sagen ich habe viele follower die werden sagen ja sowas ist noch geil ja aber ich finde dass man beide haben kann muss man aber nicht sag ich mal so also ihr müsst euch für einen entscheiden werden natürlich wert darauf legt dass es trotzdem unterschiedliche weil das andere weg ich sag bergermotte frisch holzig hier fruchtig so ein bisschen eisbonbons zitronische eisbonbons denn bisschen ja es einfach ich finde ihn sogar ist eine abwechslung und ein tick besser als in sauvage ehrlich gesagt ich bin ja fan von sauvage das parfüm das ist schon so das beste für mich und im sommer gibt es ja noch dass wir cool spray habe ich auch noch ich habe ja alle version das auto parfüm auto toilette und so weiter aber ich finde das das ist das wie soll ich das ja ich wüsste gar nicht wie man den ableger denn nennen würde es auf jeden fall geil so kann man also aber ich kann nicht sagen gehen von schwarzlose braucht ja auch nicht so kaufen weil die werde wer zur warschicht macht ihr müsst zur warschicht mögen das ist doch ganz legitim und in ordnung aber ich könnte ich würde euch nie sagen kauft ihr nicht ich sage ja immer grundsätzlich dazu ich kann mal so video mache ich habe glaube ich habe das letztes jahr gemacht kann ein video machen wo ich sage die braucht ihr nicht kaufen aber ihr solltet sie testen weil es sind ja immer es ist ja geschmackssache und wenn einer zur warschicht noch geil findet dann verurteilt ihr nicht es ist aber noch ein geiler duft und da draußen wenn ihr frauen beeindrucken wollt das interessiert die frauen nicht blöde chanel sauvage kommt immer noch wunderbar gut an so punkt manche kennen ihn noch nicht mal das gibt es tatsächlich so und deswegen ja so ist das so das war mein büro dürfte schreiben runter was ihrem büro duft was für ein büro duft ihr benutzt und denn ja sehen wir uns bald wieder also reinhauen und